Hier stellt Allah Ta'ala einen Vergleich für die Dunya mit einer ganzen Zähne an und diese Zähne hat etwas mit dem Pflanzenwuchs zu tun. Er sagt und präge für sie ein Gleichnis des diesseitigen Lebens. Was ist das Gleichnis? Jetzt kommt das ganze Bild. Jetzt kommt ein Bild, eine Zähne und diese Zähne genau so ist das Leben auf der Welt. Er sagt, es ist wie das Wasser, das wir vom Himmel herab senden. Wasser ist Leben. Wasser ist Leben. Was passiert, wenn das Wasser vom Himmel herab gesandt wird und es vermengt sich mit der öden und dürren Erde? Es sprießt alles was mögliche an Grün hervor. Die Erde wird bekleidet mit einem herrlichen Grün und verschiedene Farben. Pflanzen sprießen hervor. Es kommt Leben. Was passiert dann? Diese Pflanzen wachsen und gedeihen, bis sie ihr höchstes Ausmaß angenommen haben. Die höchste Schönheit, die sie tragen können, angenommen haben. Und dann passiert was. Dann trocknen sie wieder aus. Dann werden sie zu dürrem Zeug und dann werden sie von dem Wind verweht nach rechts und links. Nichts mehr davon ist da. Und das ist die Dunya. Das ist die Dunya. Du warst nichts. Wie Allah Ta'ala sagt, Ist denn nicht über den Menschen, über jeden einzelnen Menschen eine Zeit gekommen, in der nichts Nennenswertes war? Nichts Nennenswertes. Du warst nicht. Du hast nicht existiert. Dein Name hat nicht existiert. Deine Person hat nicht existiert. Dann bist du gedeiht. Du bist entstanden. Du hast irgendwann deine Vollkommenheit, deine menschliche Vollkommenheit erreicht. Und dann geht es wieder abwärts. Dann wirst du geplagt von Krankheiten, altersbedingten Krankheiten. Wenn du nicht schon davor geplagt worden bist von weltlichen Schicksalsschlägen, Armut oder anderen Dingen. Dann wirst du schwächer und schwächer und dann bist du am Ende auch mit der Erde gleich. Verstaubst unter der Erde. Dann ist deine Geschichte zu Ende. Und so ist die, das ist die Dunya. Das ist das Gleichnis der Dunya.